Ich habe tatsächlich hier schon super lange nicht mehr richtig gekocht, habe ich zumindest das Gefühl. Deswegen dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit, dass ich euch ein paar simple vegane Gerichte für den Alltag zeige. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich habe in letzter Zeit so gar keinen Bock zu kochen. Es ist auch einfach super warm. Ich habe keine Lust, in der Küche zu stehen und lange den Herd anzuhaben und so weiter. Da ich aber nicht jeden Tag Essen bestellen oder Essen gehen kann, muss natürlich trotzdem zwischendrin mal gekocht werden. Und da dachte ich mir, hey, ich nehme euch da einfach mal direkt mit und zeige euch ein paar super, super, super easy Gerichte, die ihr wirklich in so 15 bis 20 Minuten fertig habt, also nicht lange in der Küche rumstehen und was Leckeres zu essen haben. Fangen wir direkt auch an mit Gericht Nummer 1 und zwar machen wir eine Bowl. Ich finde, Bowls sind einfach eine super easy Art, Lebensmittel aus verschiedenen Lebensmittelgruppen zu kombinieren und so möglichst viele Nährstoffe aufzunehmen. Finde ich persönlich super praktisch. Und heute machen wir eine Reis Bowl. Ihr könnt natürlich auch was anderes benutzen, statt Reis als Kohlenhydratquelle. Reisnudeln zum Beispiel, die gehen auch mega, mega schnell. Oder Mie-Nudeln oder auch Quinoa oder Couscous, wenn ihr eher auf sowas Lust habt. Ich hatte jetzt Reis da, deswegen habe ich Reis genommen und den natürlich als erstes einfach ganz normal gekocht. Dann habe ich ein bisschen Gemüse zerkleinert und zwar Gurke und Karotte. Erstmal habe ich die Karotte geschält und dann mit dem Schäler einfach so kleine Streifen geschnitten. Ich finde, das sieht einfach ein bisschen fancier aus. Macht mehr Hair in der Bowl, aber ihr könnt da auch Stücke draus machen, wie ihr halt Bock habt. Ja, und weil es so heiß ist, habe ich auch einfach das Gemüse roh gelassen. Denn ja, dann ist es nicht so eine warme, herzhafte Mahlzeit, die man irgendwie schwer essen kann bei 30 Grad, sondern hat auch noch ein bisschen Freshness-Faktor mit dabei. Mit der Gurke habe ich das gleiche gemacht. Nur hier habe ich halt einfach auch die Schale als Stücke genutzt. Dann habe ich ein Fleischersatzprodukt angebraten, in diesem Fall diese veganen Chunks von Lidl. Aber ihr könnt da auch alles andere nehmen. Ihr könnt Tempi nehmen, ihr könnt Tofu und ein bisschen Sojasauce marinieren und dann anbraten. Je nachdem, worauf ihr Bock habt. Aber ich hatte das einfach noch im Kühlschrank, deswegen war es mega praktisch, weil man es halt auch nicht mehr würzen muss. Und dann habe ich das einfach in der Pfanne kurz ein bisschen angebraten. Und zu guter Letzt fehlt natürlich auch noch eine Soße. Und damit hier auch noch ein paar gesunde Fette dabei sind, habe ich eine Erdnusssoße gemacht. Da nehme ich einfach immer ein bisschen Erdnussmus und rühre das mit Wasser und Sojasauce an. Mit der Sojasauce hat man gleich noch ein bisschen Würze mit dabei. Bei Bedarf kann man auch noch ein bisschen Zitronensaft hinzugeben. Habe ich jetzt hier aber weggelassen. Und das Ganze wird einfach verrührt, bis es ja schön cremig und flüssig und soßig ist. Das habe ich dann einfach über die Bowl drüber gekippt und das Ganze noch mit ein paar Sesam-Samen. Sesam-Samen? Mit ein bisschen Sesam getoppt. Und das ist auch schon Gericht Nummer 1. Hat mich wirklich auf jeden Fall nicht länger als 20 Minuten gedauert. Wenn ihr Reis vom Vortag habt, könnt ihr den auch einfach an der Pfanne nochmal anbraten. Ist dann noch schneller. Und ja, super easy, nährstoffreiches Rezept. Kommen wir zu Gericht Nummer 2. Hier machen wir eine Pasta und zwar eine schnelle Form dieser Paprika-Tomaten-Ofenpasta. Ich weiß nicht, aber die kennt das jetzt ein, ja, nicht so unbekanntes Gericht. Einfach das Gemüse im Ofen backen und dann zu einer Soße. Aber damit es ein bisschen schneller geht, braten wir das Gemüse heute an. Erstmal habe ich Zwiebel, Paprika und Tomate klein geschnitten. Einfach in, ja, grobe Stücke ist nicht so wichtig, weil später wird es eh püriert. Dann habe ich das Ganze in einer Pfanne angebraten. Erst die Zwiebel glasig gedünstet, dann den Rest des Gemüses hinzugegeben. Und währenddessen einfach ein paar Cashews eingeweicht. Cashews sind eine so, so, so geile Basis für vegane Soßen. Es geht mega schnell, es ist mega easy und man kann da richtig geilen Shit draus machen. Und dann habe ich auch noch ein paar Spaghetti ganz normal nach Packungsanweisung gekocht. Könnt auch jegliche andere Art von Nudeln nehmen. Ich hatte nur noch so viel Spaghetti da, deswegen habe ich die benutzt. Und wenn das Gemüse weich ist und die Cashews auch genug eingeweicht sind, dann können wir das Ganze auch schon pürieren. Ich habe da auch noch ein bisschen von dem Nudelwasser mit hinzugefügt. Einfach damit das Ganze noch geschmeidiger wird, noch cremiger wird. Finde ich einfach noch ein bisschen geiler. Durch die Stärke im Nudelwasser macht das dann nämlich so eine richtig schöne Konsistenz. Da noch ein paar Gewürze hinzugefügt. Ich hatte hier so ein Italien-Gewürz, einfach so eine Gewürzmischung, die habe ich mit dazu gegeben. Aber ihr könnt auch einfach Oregano, Majoran, Thymian, sowas halt benutzen. Und ein bisschen Salz natürlich auch. Hefeflocken könnt ihr auch mit reintun, wenn ihr die da habt. Habe ich hier tatsächlich vergessen, aber macht auch noch sehr viel Härter drin. Und dann wird das Ganze einfach püriert. Da mein Mixer immer noch kaputt ist, seit knapp anderthalb Jahren, I don't know, habe ich einfach den Pürierstab genommen. Das funktioniert aber genauso gut. Und am Ende gießen wir einfach das Nudelwasser ab und servieren die Nudeln mit unserer Soße. Hier habe ich dann noch den Rest der Hefeflocken hinzugegeben, den ich zu Hause hatte. Und dann kann das Ganze auch schon genossen werden. Ist halt, wie gesagt, so ein bisschen eine schnelle Art dieser Ofenpasta. Und ich finde es einfach mega lecker, weil dadurch, dass das Gemüse diese Röste rum hat, hat es einfach nochmal einen viel intensiveren, richtig, richtig geil gebratenen Geschmack. Kommen wir zu unserem dritten und letzten Gericht für heute. Und zwar machen wir eine Reispfanne, die ihr super easy machen könnt, wenn ihr noch Reis vom Vortag habt. Es geht sehr, sehr, sehr schnell und ich hatte halt noch ein bisschen Reis da, deswegen dachte ich, es ist die perfekte Gelegenheit, den so zu verwerten. Als allererstes habe ich ein paar Cashews tatsächlich in einer Pfanne in etwas Öl angebraten und so richtig lecker angeröstet. Dann fügen wir Zitronensaft hinzu. Ich habe eine ganze Zitrone ausgepresst und einfach mit dazugegeben. Und dann können wir auch schon den Reis hinzugeben und den einfach super gut mit anbraten. Und dann einfach Gemüse nach Wahl. Ich hatte noch Paprika da. Frühlingszwiebel eignen sich auch mega, mega gut. Und halt sonst, wenn ihr noch irgendwas übrig habt, könnt ihr das einfach auch mit reinwerfen, wenn es dazu passt. Das ist wirklich so eine kleine Resteverwertungspfanne. Und als nächstes kommt auch noch ein Schuss Sojasauce mit dazu, einfach für etwas mehr Würze. Und natürlich brauchen wir noch eine Proteinquelle. Ich hatte noch ein bisschen Räuchertofu da, deswegen habe ich den auch noch mit dazugegeben und mit angebraten. Und wenn ihr das Ganze zu trocken findet, könnt ihr natürlich immer noch mehr Sojasauce, solange es nicht zu würzig wird, und noch mehr Zitronensaft hinzugeben. Und das war es dann auch schon. Ich habe noch ein bisschen Frühlingszwiebel oben drauf getan, um das Ganze zu quasi dekorieren. Und das ist unsere super schnelle Resteverwertungs-Lemon-Reispfanne. Auch mega easy, mega sättigend und einfach perfekt, wenn man noch ein bisschen Zeug da hat, was man loswerden möchte. Das war es dann mit diesen drei Gerichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war etwas für euch dabei. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert auch gerne kostenlos meinen Kanal für weitere Rezeptideen in der Zukunft. Wenn ihr noch ein paar mehr Rezeptideen sehen möchtet, dann schaut euch auch gerne diese Playlist an. Da habe ich alle gespeichert, die ich bisher gemacht habe. Und dann war es das von mir. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dahin, ciao.